Kommt es zur Rentenkürzung für alle gesetzlichen Rentner, weil die Renten nicht mehr sicher sind, wie Kanzler Scholz sagte? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe am 21.07.2023 ein Video auf unserem YouTube-Kanal von RentenBescheid24.de veröffentlicht. Zum Thema sind die Renten nicht mehr sicher, so wie es Kanzler Scholz in seinem Sommerinterview am 3.07.2023 prophezeite. Er verknüpft die Aussage letzten Endes, ich zeige es Ihnen nochmal, mit der Tatsache, dass wir in Deutschland gute Fachkräfte, Arbeitskräfte von außerhalb Deutschlands benötigen. Und er sagt eigentlich letzten Endes, wenn das nicht passiert, dann ist die Rente irgendwann mal nicht mehr sicher. Also ich bin mir relativ sicher, dass Herr Scholz sehr genau weiß, was er sagt und dass er sehr genau abwägt, was er sagt. Ich gehe davon aus, dass er das nicht nur auf die Zuwanderung bezieht, sondern auch den inländischen Arbeitsmarkt meint. Aber hier haben wir ja ein Wahnsinnsreservant an Menschen, die sozusagen unsere gesetzliche Rente fantastisch bedienen könnten. Also ich denke zum Beispiel an Sozialleistungsempfänger wie Bürgergeldempfänger. Ich denke zum Beispiel daran, dass Frauen viel, viel besser in Arbeit zu integrieren wären. Wenn endlich mal eine ordentliche Familienpolitik gemacht würde in Deutschland. Und selbstverständlich auch, wenn hier für Rentnerinnen und Rentner gute Bedingungen geschaffen werden, auch im arbeitsrechtlichen Bereich. Ich erinnere zum Beispiel an diese fürchterliche Regelung im § 41 SGB VI, die es auch heute noch vielen unmöglich macht, eine Rente neben einem bestehenden Arbeitsverhältnis zu haben. Oder andersherum, dass das Arbeitsverhältnis dann, wenn man eine Rente bezieht, automatisch endet. Also das sind alles Dinge, die man letzten Endes hier betrachten kann. Ich glaube, dass Herr Scholz vieles von dem, was ich sage, auch kennt und weiß. Und dass er das sozusagen nicht nur auf die Zuwanderung bezieht. Aber das ist jetzt erstmal nur so daneben hergesagt. Ich möchte einfach nur nochmal ganz kurz darauf, oder wollte darauf nochmal ganz kurz darin nehmen. Aber jetzt zum Kern meines Videos. Kann es zu einer Rentenkürzung für alle gesetzlichen Rentner kommen, wenn hier in Deutschland, wenn hier in Deutschland die Renten nicht mehr sicher sind? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich eigentlich erstmal auf andere Szenarien noch einsteigen, die da tatsächlich geschehen können. Erstens, wenn wir immer weniger Arbeitskräfte haben und immer mehr Rentner bekommen, so sieht es jetzt wohl so aus. Dann wird der Beitragssatz zur gesetzlichen Rente definitiv steigen. Von 18,6 dann auf über 20 Prozent. Übrigens eine Sache, die ich schon länger fordere, dass der Beitragssatz meinetwegen auf 21 Prozent steigt. Davon aber die Arbeitgeber ein bisschen mehr zahlen und die Arbeitnehmer ein bisschen weniger. Punkt 1. Das war Punkt 1. Punkt 2. Wir werden auf jeden Fall ein Absenken des Rentenniveaus erleben für die zukünftige Rentnergeneration. Je weniger Arbeitskräfte wir haben, umso schlechter werden die Faktoren für die Rentenberechnung. Das ist auch klar. Und damit wird das Rentenniveau definitiv sinken. Das ist also auch ganz klar. Punkt 3. Es werden Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, im Bereich der Reha, im Bereich möglicherweise der Erwerbsminderung, werden gekürzt werden. Da bin ich mir auch relativ sicher. Es werden möglicherweise auch Rentenberechnungsleistungen, wie zum Beispiel die derzeitige Anerkennung von 36 Kalendermonaten, also bis maximal 36 Kalendermonate Fachschulzeiten mit zusätzlichen Entgeltpunkten, Zuschlagsentgeltpunkten für beitragsfreie Zeiten. Das wird möglicherweise rausgenommen werden. Es kann sein, dass Beitragszeiten oder Entgeltpunkte hierauf, für die Sie, wir, keine Beitragsleistungen erbringen, möglicherweise gekürzt oder sogar gestrichen werden. Das ist alles gut möglich, meine Damen und Herren. Und was wir auch erleben werden, ist, dass hier letzten Endes die Schere zwischen Arbeitnehmern und Rentnern immer weiter auseinander geht. Und dann werden wir möglicherweise auch in den nächsten Jahren vielleicht keine Rentenerhöhungen mehr bekommen. Das kann auch gut möglich sein. Was ich für relativ unmöglich halte, nach aktueller Rechtslage des Bundesverfassungsgerichts, dass in laufende Bestandsrenten eingegriffen werden kann, das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Also wenn man Rentenkürzungen real vornehmen würde, dann nur für zukünftige Rentnergenerationen. Und das, was ich Ihnen da sage, das ist schon schlimm genug. Das heißt also, unsere Bestandsrentner dürften da noch aufatmen und sich sagen, okay, dann sind wir davon nicht betroffen. Aber letzten Endes ist das, was Kanzler Scholz gesagt hat, wirklich eine Bombe, eine Riesenrentenbombe. Die hat Sprengkraft und die hat im Grunde genommen dazu geführt, dass viele Menschen völlig verunsichert sind. Wir haben über 200.000 Aufrufe dieses Videos und ganz, ganz viele Kommentare, die sehr, sehr wohlwollend sind, die auch gesagt haben, Mensch, Herr Knüppel, die Ideen, die Sie hier haben, das ist gar nicht mal so dumm. Einheitliche Rentenversicherungen, ja, alle müssen einzahlen, auch der Kanzler Scholz. Wir müssen jetzt möglicherweise vielleicht auch mal eine echte Rentenkommission bilden, die eben nicht aus Politikern besteht, sodass wir uns deren, dass wir keine Angst haben müssen, dass die Lobbyarbeit leisten für das Großkapital. Ja, erinnern wir uns bitte an die Expertenrunde für die Riester-Rente, die jetzt händeklatschend oder Teile von denen händeklatschend, wahrscheinlich haben die schon mehr Flaschen Shampoos getrunken, sich freuen können, weil hier die Riester-Rente sozusagen wieder unter einem neuen Gewand auflebt und die Herrschaften der Großbanken und der Versicherungen sich in die Hände reiben können und die Kohle einstrecken über die Zuladen. Meine Damen und Herren, das ist alles Verlefanz, das ist alles Nonsens, aber letzten Endes, die Gefahr besteht real, dass Rentenleistungen gekürzt werden. Und das ist genau das Problem und Kanzler Scholz, das muss man ihm einfach vorwerfen, der bringt einen Satz und hört dann auf und er sagt eigentlich nicht wirklich, was er meint und löst damit eine riesen Verunsicherung aus und wir alle bekommen diese Verunsicherung leider zu spüren. Aber was soll ich machen, meine Damen und Herren? Sie sehen selbst, ich versuche Ihnen das in Ruhe zu erklären und werfe dem Kanzler Scholz eigentlich hier auch totales Politikversagen vor. Ich bin sogar der Meinung, Herr Scholz, treten Sie einfach zurück. Es hat sich eigentlich ausgescholzt und Sie sind auch nicht mehr in der Lage, ich glaube auch nicht mehr daran, dass Sie überhaupt in der Lage sind, hier einen echten Reformwillen auf den Tisch zu legen. Die einheitliche Rentenversicherung, die ich als ein Teil des Problems, ein Teil der Lösung des Problems sehe, die werden Sie niemals zustande bringen. Und das ist eigentlich das große Problem hier auch von Ihrer Partei, der SPD und auch von den Grünen, der FDP sowieso, dass die eigentlich im Grunde genommen diese Konstruktion gar nicht wollen, auch wenn es mal in dem einen oder anderen Bundestagswahlkampfprogramm drin gestanden hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.